So, dann kann ich mich schon mal in die Richtung hier ausrichten. Ich mach die Musik noch mal ein bisschen lauter. So, dann kann ich mich schon mal ein bisschen lauter. 89, 69, 83, 73. Ja, so passt das schon. Ungefähr eine Minute Burnzeit. Das heißt, dann starten wir jetzt schon mal. Obwohl wir das sonst nicht schaffen, weil immerhin ist in einer halben Minute der Note schon da. Das Note. Der Punkt halt. So. Halbe Minute gleich noch. Huch, das wollte ich gar nicht. Na, toll. Na, egal. Schau ich lieber so auf die Karte. Klappt ja genauso gut. So, da sind wir auf 200.000. So weit wollte ich eigentlich gar nicht. Aber egal. Wir machen mal Set as Target hier. Den Mond. 0,4 Grad auch nur. 0,4 Grad ist ganz gut. Das heißt, dann lassen wir das mal. Und dann können wir... Hier, glaube ich, müsste ich dann mal Schub geben. In die Richtung. Oder? Doch. 0,4 Grad ist nicht so viel. Okay. Genau. Mehr in die Richtung. Schub geben. Nein, 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 nein. Das wollte ich nicht. So. Hm, okay. Bisschen mehr in die Richtung. Bisschen weniger Schub vielleicht. Genau. Da haben wir hier 30.000. 40.000. Mach ich mal so auf 50.000. Na. 60.000. 50.000. Passt das schon. Und dann können wir danach noch abbremsen. So passt das. In 22 Minuten kommt unser Note. Und ich schmeiße hier die Tanks auch mal ab gleich. Weil die brauchen wir dann nicht mehr. Haben wir hier zwar ein bisschen Schrott im Weltraum rumfliegen, aber... Passt schon. Kann ich schon mal abwerfen. So, wie lange musst du dann burnen? Warte, ich bin... Huch. Okay, ungefähr 2 Minuten. Passt dann schon. Okay, dann mach ich mal einen Time Warp. 18 Minuten, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8 Minuten, 7 Minuten, 6 Minuten. Ja, wir nähren uns dem Note. 3, 2, ein bisschen noch. Komm schon. So, die letzten Sekunden kann ich noch warten. So, wir schauen mal, was gleich für ein Lied kommt. Ah, sehe ich von hier aus gerade gar nicht. Doch, Stelladrone mit Journey to the Sun. Ja. Es war nicht ganz die Sonne, sondern der Mond. Aber egal. So, den starten. Ich glaube, wir sollten diesmal genug Sprit auch haben, dass wir hier überall... Also, dass wir da zum Moon fliegen können. Ob wir zurückkommen, weiß ich nicht. Aber zumindest hinkommen wir. So, ein bisschen lauter mal die Musik machen. Achso, ich kann hier... Genau, die kann ich ausfahren. Ja, das sind... Das sind genau die, die ich haben wollte, die Sonnensegel. Genau die wollte ich haben. Jetzt weiß ich ja, welche das sind. Wo ist denn hier die Sonne überhaupt? Ach, da, über uns. Siehste wohl. Resources. Electrical Charge. Braucht wir eigentlich auch gar nicht, aber egal. Sieht einfach nur gut aus mit den Sonnensegeln da. 44 Sekunden noch. Direkt auf das Note halten hier. Oh. Hm, hm, hm. Ich weiß gerade gar nicht, was ich so erzählen soll, während wir hier die ganze Aktion machen. Ja, wie gesagt, das Bobcat werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Nach dem... Nach der Aufnahme hier, denke ich mal, werde ich mir noch später mal anschauen. Und da mal sehen. Ich glaube, das war auch schon genug. Oh, da sind wir aber ziemlich weit. Oh, 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 oh. So. Eine Million Kilometer. Das heißt, wir müssen gleich mal zwischendrin noch eine kleine Korrektur machen. Ich glaube, weniger Schub müssen wir eher geben. Huch. Oder müssen wir die hier vielleicht schon machen? Ne. Na gut, eine Million Kilometer haben wir. Ja, eine Million Meter. Genau. Und dann bremsen wir so ab. Und wir sind dann auf... Ich weiß nicht wie viel. Oh, 16 Kilometer. 50 Kilometer. Ja, machen wir so 50 Kilometer. Dann passt das. Wir haben eine Minute Burn-Time dann. Und dann sind drei Stunden da. Drei Stunden natürlich. Also echt Zeit, wenn ich das so laufen lassen würde. Aber ich mache mal Time Warp. Noch mal ein bisschen schneller. Huch, er stoppt hier gerade. So. Zwei Stunden. Eine Stunde. Oh, ein bisschen langsamer. So, wir sind hier jetzt. Vom Mond erfasst worden. So, er zeigt immer noch dahin. 50 Minuten. Äh, 50 Minuten. 49, 48. 43, 40. Ich mache nochmal ein bisschen schneller hier. So. So, elf Minuten. So, elf Minuten. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Eine Minute 13 haben wir Burn-Time. Machen wir mal ein bisschen schneller eben. So. 20 Sekunden. Er zeigt auch in die richtige Richtung. Dann kann ich hier gleich starten. Und zwar bei 13. Ah, wir müssen sogar nur 52 Sekunden Burn-Time jetzt. Hatte ich noch nicht anpassen lassen. Ich fahre mal in die Sonnensegel wieder ein. Die braucht wir nicht gerade. So. Dann sind wir nämlich wieder so weit ab hier vom Schuss quasi. Ja, das sieht auch gut aus. Würde ich jetzt nicht abbremsen. Hätten wir hier so einen tollen, ja, Moon-Escape. Das heißt, wir würden hier jetzt erstmal irgendwie durch die Mundbeschleunigung, durch die Moonbeschleunigung hier rauskatapultiert werden aus dem, aus dem Orbit von Kirwin. Und wären dann halt vom, im Sonnensystem selber. Brauchen wir momentan aber noch nicht. Das brauchen wir erst später. Wenn wir dann nach Duna oder so mal fliegen. Oh ja, das sieht alles gut aus bisher. Das sieht bisher sehr gut aus. So, ein bisschen drehen hier. Zack. Das sieht sehr gut aus. Wir haben jetzt 59.000 Meter. Das ist doch sehr gut. Ich würde mal sagen, ich zeige euch dann noch mal das Artefakt hier. Wo war denn das? Das war, glaube ich... War das da oder war das da? Ich glaube, das war da in der Nähe. Hm. Wenn ich das jetzt gerade noch wüsste, wo bin ich denn gelandet? Ich glaube, ich bin da ungefähr gelandet irgendwo. Da gibt es nämlich noch so ein Memorial für Neil Armstrong. Ja, ich lande da so ungefähr. Am besten ist nämlich, ich mache hier einfach so einen Nullschub. Zoom. 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 So, ja ungefähr da so und dann müssen wir noch mit unserem Körbel so ein bisschen rumfliegen, muss ich gleich mal gucken. Werde ich schon irgendwie finden, hoffe ich doch mal. Okay, in zwei Stunden, wir müssen 41 Sekunden, stimmt das? 36, alles klar, das heißt mal ein bisschen rum hier, zwei Stunden, eine Stunde, 40, ein bisschen schneller hier, 30 Sekunden. Äh, Minuten, Entschuldigung. 20 Minuten noch, 19, 18, 17, auf jeden Fall sind wir schon mal am Mondorbit. Das kann nicht jeder von sich behaupten. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Na, ein bisschen schneller hier, so, ups. Ups, bin ich schon hier, schon vorbeigeworbt. Ist aber nicht ganz so schlimm. Wir landen, glaube ich, trotzdem ungefähr an dem Fleck, an dem wir hinwollen. Ich möchte einfach nur ein Orbit, genau, von Null haben. Ups. Ungefähr Null. Ups, 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 Ups. Na, komm schon. Ich drehe mich hier ganz schön. So, da halten. Und wir gehen ziemlich gerade runter. Ah, ich glaube, da war das nämlich auch irgendwie, genau. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen weiter rüber, vielleicht. In welche Richtung muss ich denn? Ich weiß es gerade gar nicht. Genau, ein bisschen in die Richtung.